Herzlich Willkommen bei S21-Bau-TV. Jetzt nochmal einen Blick auf den Rückbau vom alten Weg. Also die Betonplatte ist komplett entfernt worden. Auch hier über diesen Bereich mit dem Zwischenkanal für Nesenbach. Und die Folie, denke ich mal, ist drauf gemacht worden, damit es bei Regen nicht ein Glas Schotter füllt, damit der sich nicht vollsaugt. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Brücke ist komplett entfernt. Das Stahlträger ist hinweg. Das Stahlträger ist hinweg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020